Hallo, ich bin René von der Schießschule Becker und ich habe eine Waffe mitgebracht, die wirklich Spaß macht zu schießen, wirklich außergewöhnlich viel Spaß. Das Einzige, was kein Spaß macht, ist das Reinigen hinterher, aber darum soll es nicht gehen. Und ich will es euch mal zeigen. Und zwar ist es eine Muskete, und zwar Modell 1809, der Nachbar eines preußischen Infanteriegewehrs. Eine Steinschlosswaffe, Waffenlänge ungefähr 1,40 Meter, Kaliber, schaut mal hier, 75, also ein bisschen was über 19 Millimeter Laufdurchmesser, Muskete, glatter Lauf. Steinschloss, wirklich auch schön groß, macht wirklich Spaß, aber seht selbst. Steinschloss Geht Das war's für heute. Ja, hier haben wir uns nochmal unsere Muskete von gerade eben. Macht wirklich Spaß zu schießen, das Reinigen nicht, aber das müsst ihr nicht machen. Und wenn ihr Lust habt, mal mit so einer Waffe oder einer anderen zu schießen, wenn ihr wissen wollt, ob es so ist wie im Firmen-Fenzenen, dann empfehle ich tatsächlich ein entsprechendes Schnupperschießen bei uns bei der Skischule Becker. Alle angehenden Sportschützen und euch, ich würde mich sehr freuen, bei dem entsprechenden Waffensachkundekurs euch begrüßen zu dürfen. Und wer bereits eine Waffenrechtliche Erlaubnis besitzt oder bald besitzen wird, kann entsprechende Waffen bei uns über den Waffenhandel Becker sehr, sehr gerne erwerben. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, Ciao.